Hör mal, ich muss euch was sagen. Ich hör entgültig mit den Drogen auf. Nein, nein, ich mein's ernst, echt. Ich mein das diesmal vollkommen ernst. Hör mal, ich rühre mich teilweise so übel zu. Vor allem schon so lange, ich hab im Kopf nur noch gegrürtet. Kacke. Nee, 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 hört mal zu, hört zu. Kein Bock mehr, nicht wie ein Werbeposter für ein Methadonenprogramm zuführen, ich bin nicht. Erzähl keinen Scheiß. Du hast die Schnauze von den Drogen voll, weil du jetzt alle probiert hast. Die nächste Kiffergeneration stopft sich doch deine Asche in die Pfeife, wenn ich gerade kein Platz da ist. Ein Fremdruck, kiff zu sein. Das ist ein Fremdruck, kiff zu sein. Das ist ein Fremdruck, kiff zu sein. Hör mal zu! Hör zu! Ich hab keinen Bock mehr, mich wie ein Werbeposter für ein Methadonprogramm zu füllen. Gib mir zwei Bier. Ich hab keinen Bock mehr, mich wie ein Werbeposter für ein Werbeposter. Ich hab keinen Bock mehr, mich wie ein Werbeposter.